Wie ist es? Ich bin in Lactan und in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz und in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz und in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz und in der Schweiz. Ich bin in der Schweiz und in der Schweiz. Grüeziwolle miteinander. Jetzt möchte ich mal die Schweizerdeutschnürre. Ich habe mal nicht so viel Glauben auf YouTube. Da gibt es schon viele Videos auf Schweizerisch. Da kann man ein bisschen besser lernen. Ich bin hier in Amerika geboren. Aber immer hat es mir mal gut gefallen. Die Schweiz. Deshalb möchte ich mal ein bisschen in der Schweiz lernen. Es ist aber schwer. Weil hier in Amerika Da haben wir nicht eine Menge Schweizer Leute. Aber mit der Zeit kann man auf dem Computer in Hoppen ein bisschen mehr Schweizerdeutsch lernen. Hier unten da schreibt man mit der Bitte ein Kommentar auf Deutsch und was wir machen können damit ich ein bisschen mehr Schweizerdeutsch lernen kann. Hier in Kalifornien da möchtest du mich besuchen da schreibt man mal eine kleine Post und da ist alles klar. Da kann man auf Schweizerdeutsch auf Telefon oder auf Skype sprechen. Also wir schauen miteinander. Und ich hoffe nochmal da können wir mit euch reden. Salut! Tschüss!